Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde vom Murmelsimulator, beziehungsweise Rolling Rush. Leute, wir schlüpfen in die Rolle einer Murmel. Und das bedeutet, wir müssen so schnell wie möglich ins Ziel. Da sind unsere Fans. Hallo Murmeln. Ah, warte, mit W-A-S-D. Okay, hi, hallo. Äh, wie kann ich... Achso, ich kann hier die Maus. Als ob. Das ist ja richtig geil. Wupp. Kleiner Sprung. Ja, hallo Murmeln. Alter, die haben mich alle... Die applaudieren jetzt auch. Okay, warte mal. Wir sehen hier auf der rechten Seite 10 Sekunden... Okay, warte mal. Ich will mal kurz improve, weil jetzt weiß ich ja, wie es geht. Das kann ich doch schneller, Alter. Go! Okay, mit der Maus rede ich ran. Oh ja. Oh, das ist viel besser. Das ist viel besser. Der Sprung. Und... Fast die Goldmedaille. Achso, jetzt diesmal haben wir Silber. Gut, dann lass uns aber mal ins nächste Level. Jawohl. 13 Sekunden. 14,5. Let's go! Ja, da hätte ich natürlich ein bisschen Ideallinie. Ja. Da kommt der Turbo! Nochmal der Boost. Die Goldmedaille. Okay, ja. Aber ich vermisse so ein bisschen, da müssen mehr Fans sein, die mich pushen. Oh. Sprung. Oh ja, das war glaube ich nicht schlecht. Versuchen hier, ja. Oh. Was ist das denn? Wasser! Äh. Ja, ich glaube, das gibt Turbo Boost. Das gibt jetzt gar nichts. Aber man merkt aber, das hat jetzt schon vom Schwierigkeitsgrad doch geballert. Ja, ist in Ordnung. Weißt du, man kann ja nicht immer Gold holen. Äh, muss jetzt wirklich schon aufpassen. Diese Wasser-Sachen sind nicht, nicht ohne. Alter Schwede. Das erinnert mich gerade mega an Trackmania. Alter. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell, so schwer wird. Oh ja. Sprung. Sprung. Oh ja. Das Ding ist auch, man darf nicht zu schnell springen. Also nicht zu früh. Und? Das ist die Silbermedaille. Weil, wenn du so bouncest, dann kannst du nicht direkt wieder springen. Geil. In die Mitte. Alter, ich bin so eine gute Murmel. Uh. Oder auch nicht. Ja, da haben wir Zeit verloren. Ich weiß nicht, ob es da besser gewesen wäre, da oben längs. Ja, gerade so. Zack. Der Switch. Das haben wir gut genommen. Oh Gott, das wird ja nicht richtig. Das war keine gute. Hallo? Hallo? Äh, Spiel? Ich bin im, ich bin im Ziel. Hä? Gut, dann muss ich nochmal. Ne, das muss ich nochmal neu. Äh, restart track. Habe ich irgendwo unfreiwillig abgekürzt? So, warte mal. Diesmal gehe ich hier rum. Habe ich irgendwo was gemacht, was ich nicht hätte machen dürfen? Ah, ich weiß, dass durch das Ding hier eben, da bin ich, glaube ich, am Anfang nicht durch. Deswegen hat hier einfach alles nicht gezählt. Oh, aber ich glaube, diesmal, diesmal bin ich auch flutschiger. Ja. Gar, Silber wird's nicht. Aber immerhin bis, bisschen Bronze. Oh, guck mal. Das habe ich mich eben schon gefragt, ob alle Maps sozusagen vom Stil her gleich aussehen. Aber, das ist definitiv nicht der Fall. Weil jetzt sind wir, oh, ah, das war, das war schlecht. Das war absolut nichts. Außer einer Bronze-Medaille. Oh, Alter, Nachtrennen. Habe ich hier vielleicht ein Licht? Das wäre cool, wenn die Kugel einfach von sich aus leuchten würde. Oh. Oh. Okay. Das Spiel wurde auch mit der Unreal Engine gemacht. Also, das ist schon ein mächtiges Tool an sich. Unreal Engine ja auch mit Fortnite am Start. Ah, hier kann man jetzt überall rausfliegen. Oder eine Abkürzung nehmen. Na, ich lasse es mal lieber. Äh. Okay. Gab es da eine Möglichkeit? So, Sprung. Ah. Uh, das hat gerade so funktioniert. Schöner Bounce. 18. Komm. Bei den Dingen knabbern wir manchmal an der Goldmedaille, muss ich sagen. Also, da sind wir, da sind wir dran. Oh, was ist das jetzt hier? Ah. Okay. Das war nix. Aber wie mache ich das? Muss ich hier richtig einmal... Oh ja, das war gut. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. So, nicht springen. Nein. Ah, okay. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt mich einfach mal am Checkpoint zurückgesetzt. Ja, das war ein Ticken besser. Aber eigentlich kannst du es ja schon vergessen, wenn du einmal Reset it hast. Wir bräuchten eine 31er. Naja, das schafft man nicht. Interessant. Eigentlich ist es total sinnlos, dieses Reset-Feature. Ja, neuer Highscore. Ich glaube, ich kann... Ah, ich kann schon auf... Ja, ich muss Improve machen. Der Try ist wesentlich besser. Sieben Sekunden. Das muss es eigentlich sein. Ah, fast Gold. Aber egal. Oh, jetzt wird es richtig frostelig. Das passt ja zum Winter. Die Frage ist... Oh ja, das finde ich cool. Dass sie das vereist haben. Äh, das fand ich jetzt nicht so cool. Hätte ich da springen müssen? Warte mal. Ah ja, der Sprung wäre es gewesen. Danke. Vielen Dank. Oh ja, da muss ich auf jeden Fall am Anfang springen. Im letzten Moment... Ah ja. Im Eis ist schwierig. Hier muss man tatsächlich bouncen. Genau. Und rein. Endlich wieder eine Goldmedaille. Also ich weiß leider nicht, wie viel Geld das Spiel gekostet hat. Aber ich muss sagen, es macht mir echt Spaß. Ich mag die Level. Hier muss ich wahrscheinlich durch, oder was? Ah, im Eis ist nicht gut Kirschen essen. Wollen wir hier rüberfahren? Ist das besser? Drehen, 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 drehen. Geil. Weiter. Oh, jetzt wird es hier schon wieder ein bisschen dunkel. Dann wird es kalt. Kann ich den einfach so? Jawohl. Oh, kleine Eisröhre. Hier müssen wir rein. Schaffen wir. Let's go. Und weiter. Na, da sind wir gegen gedürzt. Das hat uns damit dann den Sprung versaut. Oh, diesmal perfekt da rein. Das schaffen wir. Zack. Perfekt. Weiter, weiter, weiter. Kleiner Sprung. Und? Gold, 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 gold. Gold. Das war knaggig. Oh, jetzt wird es wirklich immer dunkler. Wahrscheinlich. Ich würde sagen, hier nach kommt so Lava-Level. Das ist eigentlich das, was ich am ehesten erwarten würde. Äh, okay. Warte mal, da will ich mal ganz kurz. Hätte ich da... Oh ja, okay, man hätte einfach nur springen müssen. Dann lass uns das nochmal resetten. Da muss man, glaube ich, frühzeitig zum Sprung... Hopp. Jawohl, sehr geil. Aber wir sind ein bisschen... Ein bisschen weit nach links abgedriftet. Ja, kleiner... Jump! Nein! Ach, Junge. Vor allem, die Map geht auch nur 25 Sekunden. Also, wenn man Gold will. Ja, oh, das war diesmal wesentlich besser. Nein! Ey, da ist so ein kleiner, nerviger Sprung drin. Muss ich hier... Ja, das ging jetzt locker easy. Ich will jetzt trotzdem einmal ins Ziel fahren. Ja. Krass. Also... Pfff... Uh, das war ein ganz saftiger Sprung. So, jetzt muss ich mal gucken. Jawohl, endlich geschafft. Und dann geht's auch ins Ziel. Mit einer... Ah, fast Goldmedaille. Krass, das war knapp. Oh! Yeah. Alter, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass es schön ans Strand geht. Aber ganz ehrlich, da sage ich... Da sage ich... Da sage ich nicht nein. Wir müssen hier aber nochmal resetten. Vor allem eine krass kurze Strecke. Muss ich dann hier... Okay. Ähm, keine Ahnung, was ich da beim ersten Mal falsch gemacht habe. Aber springen ist auf jeden Fall nicht gut. Ideallinie. Zack. Okay. Was macht Paletto da falsch? Oh! Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Sage ich euch ganz ehrlich. Und nochmal rein. Und dann sogar Gold. Krass. Oh. Mit 13 Sekunden auch nicht sonderlich lang. So. Perfekt. Kleiner Sprung. Wupp. Die Frage ist, hätte man hier ein bisschen springen müssen? Egal. Ist nur Bronze. Aber ist mir recht. Au! Zack. Oh, ja. Schöne... Ah, das wird schwierig. Einsprung. Äh. Okay, die wobbeln. Aber wie muss ich aufkommen? Zack. Ah, Mist. Äh. Da... Ah, hallo. Okay, vielleicht schaffe ich es noch. Turbo Boost. Irgendwie bin ich mega nass. 19. Als ob. Selbst so noch die... Bronze Medaille. Okay. Hopp. Oh. Kein Problem. Als ob. Da kannst du durch zwei Dinger durch. Also da hatten wir eben... Oh. Kommen wir hier überhaupt hoch? Ja, doch. Kriegen wir einen Turbo Boost. Bin ich weg? Okay. Ich bin... Ich bin... Hilfe. Oh. Ich bin wieder da. Hopp. 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 Und rein. Als ob. Geil schlecht. Oh, jetzt der Sonnenuntergang. Beim Murmelsimulator. Oh, in der Mitte durch. Uh, close. Hier ist noch Licht an. Ist kein Problem. Ich falle mich hier einfach wieder drauf. Äh. Ja. Hopp. Hä? Wo muss ich denn längs, Mann? Da ist das Ziel. Kann ich einfach durch? Nee, kann ich nicht. Ich hätte da hinten noch reingemusst. Oh. So. Hier werde ich direkt... Daran vorbei. Genau. Und jetzt hier rauf... Gucken wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Nee. Was machst du? Brudi. Okay. Wir können scheinbar auch hier längs. Ja, das hat viel Zeit gekostet. Turbo Boost. Ja, da kommen wir auch nicht. Ja, New Highscore. Leute. Ich würde aber sagen, das war es mit einer kleinen Runde vom Murmelsimulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne ein Like da. Hier sind noch weitere Videos. Genauso wie der Paluten Shop. Schaut da gerne mal vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.